Elf Minecraft-Youtuber, die jeder kennt. Teil 3! Der Selbstverliebte. Hey Freunde und willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Survival Games. Mit mir, dem Colliel P. Und natürlich... AAAAAAAA! Der Pfarrer. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir haben uns heute hier versammelt, um eine Runde Minecraft zu spielen. Hilfe, ich werde vergewaltigt. Sag davon deinen Eltern nix. Der Schatz. Aloha Freunde, ich bin's wieder, euer Mausezahn LP. Und heute sind wir nicht alleine, nein. Ich hab meine Freundin dabei. Na, Kite? Der Öko. Aloha Freunde, hier ist wieder euer Fotografiert. Und heute hab ich meinen ersten veganen Döner gemacht. Moment, ich hab ihn sogar hier dabei. Ich beiß mal kurz rein. Mh. 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 Naja. Eigentlich schmeckt er scheiße. Aber das ist das erste Essen, was ich alleine gemacht hab. Ich meine... Eww! Der Arme. Hallo Leute, da bin ich wieder. Ich hab grad eine Stunde lang Hausarbeit gemacht. Deswegen sind meine Hände grad ein bisschen schrumpelig. Also nicht traurig sein, wenn ich nicht so gut spielen kann. Ich wollt nur sagen, ähm, ich hab jetzt mein neues Headset von Aldi mir gekauft. Dafür hab ich jetzt um die zwei Jahre gespart. Das Medion HD 4000. Das hat um die 5 Euro gekostet. Ist denk ich mal ein ganz guter Kauf. Und ähm, ich muss auch gleich wieder weg vom PC, weil... Ich darf nämlich nur eine Stunde. Kevin! Die Mama muss arbeiten! Ja Mama, nur noch ganz kurz. Ne Kevin, typico! Deutschland spielt! Ja, ich geh schon. Der Bonze. Königlichen Gruß, meine Gefolgschaft. Ich bin's wieder, euer Goldstück mit einem neuen Gameplay-Kommentary von Minecraft. Oh, Moment. Roswitha! 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 Aide, aide, aide! Rabarabarabara! Komm, kommen Sie jetzt schnell her! Roswitha! Roswitha! Ja, ich komme, ich komme! Gucken Sie, gucken Sie sich das an! Vodka! Ist das Staub auf meiner Tastatur? Ich nix wissen! Was ist dieses Staub? Hä? Äh, geh weg! Weg mit dir! Ich jetzt gehen! Ey, Leute, gibt's, mein Gott. Das Merchandise-Kiddy! Hey, Leute! Hier ist wieder euer Aufgekauft mit einem neuen Info-Video. Und zwar habe ich mir jetzt auch ein Longboard gekauft. Und, naja, das mit dem Fahren klappt noch nicht ganz so gut. Aber das wird sich ja noch. Das hat mich jetzt so um die 600, 700 Euro gekostet. Also, ich meine, ich bin zwar erst elf, aber da muss man schon richtig einsteigen. Außerdem habe ich mir noch ein leckeres Bier gekauft. Das trinkt doch immer der Ungespielt. Und, ja, das war es eigentlich. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst deine Bewertung da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao! GERNAZI! Deutscher Gruß, meine Freunde! Ich war letztens wieder in der Stadt. Und da habe ich ein paar Kanacken gesehen. Das Possibility Formula. Fuh deарищ. Vox deibel, sage ich da. Was wird der Holger Apfel da machen? Negerkuss! Jetzt ist Schluss! Der Dauernachfl dést. Da hinten ist einer Das Lexikon Ja guten Tag meine Freunde Hier ist wieder euer Jan Tillmann Mit einem neuen Minecraft Survival Games Gameplay Ach ja übrigens Die Axt hat jetzt seit der 1.74 Eine doppelte Knockback Chance Wenn man aus der Luft schlägt Und den gekochten Fisch kann man jetzt 4,03 Millisekunden schneller essen Da sich ja viele Leute beschwert haben Dass im PvP Modus Fische essen Viel zu langsam ist Ja ich denke mal da haben wir mal wieder was Neues gelernt Und wenn es euch gefallen hat Dann lasst doch bitte eine Bewertung da Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Das Muttersöhnchen Liam es gibt Essen Huch du nimmst ja auf Da störe ich dich wohl besser nicht Ich geh schon Ne Mami komm ruhig her Lia magst du einen Kuss Ja bitte Mama Doch nicht da Mama 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 Baba Papa Untertitelung des ZDF, 2020